Über sich hinaus wachsen ist ein Workshop-Angebot der U2, der Etage für kulturelle Bildung im Dortmunder U. Schulklassen bekommen die Möglichkeit, unter der Anleitung von professionellen Künstlerinnen und Künstlern eigene Filmideen zu realisieren. Die Schülerinnen und Schüler bekommen Raum und Zeit, die Themen, die sie beschäftigen, im Medium Film zu verarbeiten, das Ganze zu reflektieren und von Produktionsseite neu zu entdecken. Die Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die verschiedenen Rollen, die wir für unsere Filmproduktion brauchen. Sie werden Regisseurinnen, Schauspieler, Kostümdesignerinnen, Location Scouts, Kamerafrauen, Stuntmänner, Zeitmanager und viel mehr. Als großes Team verflechten wir die Ideen der Einzelnen und lassen sie zu einem großen Ganzen zusammenwachsen. Dabei entsteht immer etwas Neues und völlig anderes. Die Künstlerinnen und Künstler sind ExpertInnen in Film, Kunst und Theater. Was brauchen wir, um einen Film zu drehen? Sie vermitteln der Schulklasse das nötige Know-how, um ihre Vorstellungen zu realisieren. Wir haben hier einen Greenscreen aufgebaut und Tracking-Marker dran geklebt, damit wir die Kamerabewegung tracken können, um dann den Hintergrund auszutauschen. Jetzt fehlt nur noch ein Laserschnitt. Die U2 koordiniert das Projekt gemeinsam mit einer Dortmunder Lehrerin. So konnten bisher über 1000 Schüler und Schülerinnen an diesem Projekt teilhaben. Bei aller Komplexität eines Filmdrehs. Das heißt Ideen sammeln, Figuren fantasieren, Orderscouten, Storyboard zeichnen, Dialoge schreiben, Kostüme zusammenstellen, Stunts üben, Texte lernen, Requisiten bauen, Räume modellieren, Material schleppen, Kamera zusammenschrauben, Kamerastativ positionieren, Tonangel, Kopfhörer, Kabelsalat sortieren, Klappe schlagen, dann die Postproduktion starten, Festplatten suchen, Titelanimationen zeichnen, Filmmusik aufnehmen und die Premiere planen, Kino reservieren, Publikum einladen. Man darf eins nicht vergessen, dass das Ganze einen riesigen Spaß macht. Am Ende des Workshops geht der Vorhang auf und die Filme werden im Kino präsentiert. Die Teilnehmenden können stolz auf sich sein, wenn ihr Film auf der großen Kinoleinwand läuft und das Publikum zum Lachen, Weinen und Staunen bringt. Das bedeutet über sich hinaus wachsen.